In der Bäckerei. Was möchten Sie, bitte? Was haben Sie denn? Also, wir haben Brot, Croissants und Sandwiches. Wir haben Brot, Croissants und Sandwiches. Und was ist das? Das sind Berliner. Die sind mir zu süß. Ich bekomme bitte einen Sandwich. Gern. Der Sandwich kostet 2,40 Euro. Der Sandwich kostet 2,40 Euro. Ich hätte auch gern einen Laibbrot. Ich hätte auch gern einen Laibbrot. Das macht insgesamt 5 Euro. Das macht insgesamt 5 Euro. Haben Sie eigentlich auch Kaffee? Haben Sie eigentlich auch Kaffee? Tut mir leid. Die Kaffeemaschine ist leider kaputt. Tut mir leid. Die Kaffeemaschine ist leider kaputt. Ich kann Ihnen aber Tee anbieten. Ich kann Ihnen aber Tee anbieten. Ja, bitte. Das wäre dann alles. Das wäre dann alles. Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Kann ich mit Kreditkarte bezahlen? Ja, natürlich. Vielen Dank.